Ja, ich habe diesen wunderschönen Garten soeben entdeckt und er scheint keinen Besitzer mehr zu haben. Ja, seit sechs Jahren versuche ich einen kleinen Garten hier in Wolfsburg zu bekommen und es könnte sein, dass dieses Grundstück zu mir passt. Jetzt, ich werde die Eigentümerin gleich einmal fragen, ob sich hier etwas für mich gestalten lässt und ob ich dieses Grundstück auf Zeit hier pflegen kann. Auf Zeit heißt, solange ich lebe. Ja, ich denke mal, dieses Grundstück ist es wert, gepflegt zu werden, den Rasen zu mähen und hier vielleicht ein kleines Carport hinzustellen und ein Hochbeet. Ich bin schon über 60 Jahre alt und ja, das wäre für mich ja eine schöne Sache. Nochmal schnell einen Rück- und Rundblick. So, wir sind hier so am Goethe-Park und ja, in den Höfen. Jetzt hängt es vom Eigentümer ab oder der Eigentümerin, was aus diesem wunderschönen Grundstück wird. Und ja, ein wunderschönes Grundstück, ein wunderschöner Platz. Ich bewerbe mich und möchte gerne dieses Grundstück auf Dauer pflegen. Und ja, ein wunderschöner Platz.